Rode legt aktuell einige ihrer Mikrofone neu auf bzw. bringt neue Varianten heraus. Kürzlich frisch vorgestellt wurde dabei auch das Rode PodMic USB. Was das im Detail drauf hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Das Rode PodMic USB kommt im Gegensatz zur klassischen Version dieses Mal zusammen mit ein wenig Zubehör daher. Einem passenden namensgebenden USB-Kabel mit einer Länge von knapp drei Metern und einem zusätzlichen, aber durchaus optionalen Pop-Schutz. Was hier leider nicht mit dabei ist, ist ein Adapter auf USB-A. Das Mikrofon selbst ist im Großen und Ganzen alt bekannt. Das kompakte PodMic kommt in einem sehr robusten Metallgehäuse und einem stolzen Gewicht von knapp 900 Gramm daher. Im Gegensatz zur Originalversion mit zwei äußerlich eher dezenten Änderungen. Der Mikrofonkorb ist hier nun Schwarz statt Silber. Und auch die Rückseite wurde dem Namen entsprechend natürlich überarbeitet. Dazu aber gleich noch mehr. Wie bisher kommt das PodMic mit festmontierter Halterung daher. Diese bietet ein Kombigewinde in 3,8 und 5,8 Zoll für die Montage an allen gängigen Stativen. Wie man es kennt, bietet die Halterung die Möglichkeit, das Mikrofon vertikal zu neigen und mit Hilfe der Schrauben bei Bedarf zu fixieren. Ein Schockmount gibt es hier nicht. Stattdessen hat sich Rode wieder dazu entschieden, die Kapsel im Inneren selbst zu entkoppeln. Geschützt von einer Schaumstoffschicht, die den separaten Popfilter optional macht. Die wichtigste Neuerung ist hier wohl die Rückseite. Statt des bekannten XLR-Anschlusses gibt es hier nun den namensgebenden USB-C-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss, ein gerastertes Lautstärkerad sowie eine Status-LED. Allerdings kommt das neue PodMic nicht als reines USB-Mikro daher. Hinter der Gummikappe verbirgt sich daher der altbekannte XLR-Anschluss. Sprich hierbei handelt es sich effektiv um ein Hybrid-Mikrofon, das ihr wahlweise klassisch analog oder aber digital betreiben könnt. Entscheidet ihr euch für den digitalen Weg, könnt ihr es einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit eurem Rechner verbinden. Das Mikrofon funktioniert dabei Plug & Play und erfordert keinerlei weitere Treiber oder Software. Das Lautstärke-Rädchen hat eine Doppelfunktion. Zum einen habt ihr damit die Lautstärke des Kopfhörerausgangs im Griff. Zum anderen könnt ihr damit durch einen Druck aber auch die Monitoring-Funktion aktivieren. Wenn ihr das macht, habt ihr über den Kopfhörerausgang zusätzlich zum Sound des Betriebssystems den latenzfreien Ton eures Mikrofons auf den Ohren. Wer das nicht mag, kann diese Funktion aber auch einfach deaktiviert lassen. Wie bei allen aktuellen USB-Mikros hat Rode auch wieder den DSP samt einer Auswahl der Apex-Effekte integriert. Damit könnt ihr den Sound des Mikros out of the box aufhübschen. Dazu ist allerdings zusätzliche Software von Rode erforderlich. Ihr habt die Wahl zwischen Rode Central, Rode Connect, Rode Capture und Rode Unify. Erstere dient als reine Einstellungssoftware. Die schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Aber auch die übrigen Programme sind definitiv einen Blick wert, bieten sie doch jeweils praktische Funktionen für unterschiedliche Formen von Content-Erstellung. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Wie üblich stehen die Effekte allesamt nur im USB-Betrieb zur Verfügung. Nutzt ihr das Mikrofon analog über XLR, fällt es sich eins zu eins wie ein klassisches PodMic. Was hier allerdings leider nicht möglich ist, ist beide Anschlüsse gleichzeitig zu verwenden. Sobald USB aktiv ist, ist der XLR-Ausgang stumm. Aufgenommen wird in diesem Modus mit bis zu 48 kHz bei 24-Bit-Tiefe. Kommen wir damit zur Praxis. Was ihr bisher hören konntet, war das brandneue PodMic-USB, aber angeschlossen über XLR ohne weitere Bearbeitung. In dieser Form klingt es fast identisch zum bisherigen PodMic. Allerdings habe ich dazu hier leider kein Vergleichsgerät mehr da. So klingt es dagegen über USB. Wenig überraschend, aber so wie es sein sollte, gibt es hier erstmal keine klanglichen Unterschiede. Das Mikrofon an sich legt wieder einen klaren Fokus auf Sprachaufnahmen mit entsprechend leichter Höhenbetonung und etwas abgeflachten Bass, um eben den Nahbesprechungseffekt abzumildern. Mir hätte es untenrum noch ein wenig voller gefallen, das ist aber natürlich Geschmackssache. Da können wir gegebenenfalls gleich noch selber Hand anlegen. Einfach mal als Referenz. So klingt dagegen ein unbearbeitetes Schuh-SM7B mit komplett neutralen Einstellungen. Ein wenig voller und vor allem seidiger im Bereich der Höhen, allerdings auch mit einem deutlich höheren Preis. Kommen wir damit wieder zurück zum PodMic. Der integrierte Popschutz machte einen ganz soliden Job und funktioniert in den meisten Situationen sogar noch etwas besser als beim Original. Atemgeräusche und Plosivlaute wie harte P's und T's werden in den meisten Fällen anständig abgemildert, bei ungünstigen Winkeln ist er aber nicht ganz so effektiv. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann aber auch den mitgelieferten Zusatzpopschutz verwenden. Der kümmert sich ausgezeichnet um die restlichen Problemfälle. Selbst bei sehr nahen Besprechungen haben Plosivlaute und Atemgeräusche hier keine Chance mehr. Die klanglichen Auswirkungen sind dabei verhältnismäßig gering. Insofern würde ich hier glaube ich standardmäßig auf diesen Popschutz setzen. Die Entkopplung der Kapsel ist insgesamt ganz okay, aber bei weitem nicht so effektiv wie ein zusätzlicher Schockmount. Sprich Berührungsgeräusche am Mikrofon oder auch am Mikrofonarm landen hier durchaus in der Aufnahme. Und so klingt dagegen das Mikrofon in Kombination mit einer mechanischen Gaming-Tastatur im Hintergrund. Die Abschirmung ist einem dynamischen Mikrofon entsprechend anständig, blendet solche Nebengeräusche aber natürlich auch nicht vollends aus. Und auch allgemein weist das PodMic für ein dynamisches Mikrofon eine recht weite Nierencharakteristik auf. Das heißt, es verzeiht sehr viel. Wenn ihr euch zum Beispiel etwas weiter vom Mikrofon entfernt oder auch zur Seite aus dem Fokus bewegt, halten sich die klanglichen und vor allem lautstärketechnischen Auswirkungen eher in Grenzen. Schauen wir damit noch kurz in Road Central vorbei. Über die Software habt ihr alle wichtigen Einstellungen des Mikrofons im Griff. Auf der linken Seite findet ihr zunächst die Verstärkungseinstellung. Hier könnt ihr den Pegel frei einstellen zwischen 22 und maximal 63 Dezibel. Das sollte auf jeden Fall für die meisten Szenarien ausreichen. Trotzdem, selbst mit 63 Dezibel übersteuert das Mikrofon noch nicht direkt. Die rechte Hälfte ist aber deutlich spannender. Hier findet ihr nämlich die Effekte, die euch zur Aufarbeitung zur Verfügung stehen. Wahlweise im vereinfachten oder im Advanced-Modus. Ersteren könnt ihr jetzt gerade sehen. Dann beschränken sich die Einstellungen lediglich auf Depth, Sparkle und Punch. Bedeutet in der Praxis, hier können wir die Tiefe und damit die Fülle des Sounds manipulieren. Mit Sparkle eher die Höhen, sprich wenn ich das rausdrehe, wird es etwas dumpfer. Wenn ich es reindrehe, etwas klarer. Und am Ende vielleicht sogar ein bisschen zu scharf. Und mit Punch die Kompression, also wie stark der Sound effektiv verdichtet werden soll. Auch das hier mit einer rudimentären Einknopfbedienung. Wer etwas mehr Hand anlegen möchte, kann hier aber auch einfach in den Advanced-Modus wechseln. Dann haben wir Zugriff auf die fünf einzelnen Effekte. Hier stehen euch ein Kompressor, ein Noise-Gate, ein Low-Cut-Filter, ein Exciter für die Höhen und ein Exciter für den Bass zur Verfügung. In die Detaileinstellung kommt ihr durch einfachen Klick. Jeder dieser Effekte kommt mit den typischen Parametern daher und erlaubt euch das Ganze, frei nach eurem persönlichen Geschmack zu individualisieren. Das Spannendste für die meisten wird aber dabei vor allem der Exciter sein. Der Big Bottom ist hier wieder effektiv für den Bass zuständig. Neben der reinen Stärke könnt ihr hier vor allem auch den Frequenzbereich bestimmen, der bearbeitet werden soll. Aber bereits die Standardeinstellung finde ich hier durchaus gelungen. Trotzdem, wer eben möchte, kann hier selbst Hand anlegen. Diese Features und Einstellungen sind übrigens bei allen Software-Varianten von Rode identisch. Stattdessen legen Connect und Unify den Fokus auf ein paar andere Funktionen. Auch die sind beide definitiv einen Blick wert, würden aber an dieser Stelle den Rahmen des Videos sprengen. Kommen wir damit zum Fazit. Das PodMic USB ist ein gelungener Hybrid basierend auf einem bereits sehr guten Mikrofon. Dabei punktet es vor allem mit dem AFIX-Prozessor, der euch im USB-Betrieb zusätzliche Einstellungen zur Klangformung bietet. Absatz dessen ist der Rest solide wie eh und je. Zu haben ist es für stolze 240 Euro. Wer also genau weiß, dass der USB-Anschluss nicht so wichtig ist, kann mit der XLR-Version für rund 100 Euro eine Menge Geld sparen. Was haltet ihr vom PodMic USB? Wäre das ein Mikrofon für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.